So, also wollen wir mal ganz kurz was klarstellen. Mein YouTube-Stream wurde gerade von YouTube beendet, weil ich angeblich gegen die Community-Richtlinien verstoßen haben soll. Was gar nicht so ist. Der Grund für den Verstoß soll sein, dass ich als Minderjähriger streame. Ich bin nicht minderjährig. Nicht ansatzweise. Nicht mal in der Nähe von minderjährig. Ich bin schon so lange erwachsen. Da gab es YouTube noch gar nicht, als ich schon erwachsen war. Na gut, das gab es schon. Aber gerade erst. Das war vielleicht das erste oder zweite Jahr. Als ich offiziell anfangen durfte zu rauchen, gab es YouTube nicht. Das gab es einfach nicht. Das war einfach nicht existent. Da durfte ich schon rauchen. Offiziell vom Gesetz. Alter. Also langsam weiß ich nicht. Wenn ich heute, wegen diesem Scheiß, weil ich kann nämlich keinen neuen Livestream mehr starten. Livestream-Funktion ist gerade auf meinem Konto nicht vorhanden. Ich drehe durch. Aber hart.